Dann wär's ja auch lag. Das ist BLB. Äh, das ist Battle Kit. Das ist BLB mit Battle Kit. Das ist BLB. Das ist Battle Kit. Das ist BLB mit Battle Kit. Soll ich so den nächsten Stream-Trailer machen? Ja. Hat jemand den Stream-Trailer gesehen, liebe Leute? Jetzt auf YouTube. Auf BLBridged eigentlich. Auf BLBridged. Auf BLBridged. BLBridged ist ja auch ein zweispaltiges Schwert, nicht wahr? Ein zweispaltiges Schwert ist, um eine Erfindung. Wie lange muss man das durchhalten? Fünf Monate. Mich langweilt das schon. Dann erfinde ein lustiges Thema, über das man reden kann. Das ist die Essenz der BLB schon. Reden. Echt? Ja. Ich dachte, spielen. Nein. Nein, das macht ja jede zweite Let's Player. Viele Let's Player spielen ein Spiel, um ein Spiel zu spielen. Aber wir spielen ein Spiel, um Blödsinn zu reden. Aber kennst du die Intro-Musik von Triple H? Time to play the game. Ja. Es ist Zeit, das Spiel zu spielen. Es ist Zeit, das Spiel zu spielen. Ich spiel das Spiel. Es ist alles nur ein Spiel. Es ist alles genanntes Spiel. Was ich gerade spiele, alles nur ein Blablabla. Die Musik war immer gut. Ich weiß, ich mach. Besser war die Musik von John Maykes. Das. Was. Komm, da. Soll ich raus und wieder reingehen? Noch einmal machen. Und ich bin mir noch in die Runde. Das ist ja so ein lustiges Drückerspiel. Nein, geh weiter. Orexium. Was ist da bitte für ein Software-Update da im Bild? Neues Software-Update von Windows. Geh weg, Windows. Jetzt hab ich wieder... Geh drüber. Aha, wieder drüber. Vielleicht kommt ja jetzt. Ich finde es. Obtain ist schade. Jetzt hab ich schon noch, da steht ein Schad auf Orexium. 5 von 7. Wo kommen wir jetzt hin? Häh? Nicht schwirr, die Honte der Reha. Jetzt sind wir wieder da. Wow. Was ist das? What? Wo sind wir jetzt hier? Das ist komisch, ja. Das geht da dann raus. Das hat halt nicht Mühe gegeben. Das passt nicht ganz dabei. Oh Gott, ich hab jetzt Angst. Wieso hab ich immer Angst? Ich hab keine Angst mehr. Blablabla. Es geht los. Da ist sich irgendwo ein Schlupfloch. Da hat sich... Hä? Das ist irgendwie so Super Mario World-mäßig jetzt. Das ist die Hölle. Das stimmt. Warte. Wo stehen wir jetzt? Map? Wir sind jetzt... Achso. Unten, bei dem Haunted Shrine, ganz am Anfang ist es ja so... Oben offen. Gell? Und wir sind jetzt irgendwie hier. Und feiern mit Wolken, da ist sie war. Gefliegt da rüber. Soll ich irgendwie rechts fliegen? Ja, ja, ja. Nein, was, wenn ich sterbe, sind die Gegnerungen. Wenn du nicht sterb, sind die Gegnerungen. Das sind wahrscheinlich... Vielleicht sind die wirklich Plattformen. Ich hab Angst. Hättest du vorher entscheiden? Ja, ich weiß. Jetzt kannst du das Binary-Game nochmal spielen. Wo du hinfliegst, wo kommst du da hin, bitte? Ich hab keine Ahnung. So, jetzt sind wir da. Und da ist er und das. Da drüben wärst du sicher was gewesen. Soll ich es nochmal jetzt extra... Ja, aber speichern zuerst. Ja, wenn ich jetzt speichere, dann kann ich den ganzen Weg rauf auch nochmal gehen. Dann mach's nochmal. Soll ich mich jetzt wirklich sterben lassen und das nochmal machen? Okay, okay. For Science. Nein! Wo ist X19-Tode? Booyaka, 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 booyaka! Wo ist die? Wo ist sie? Wir haben doch eine Maske, hol sie her. Setz das für den Rest des Streams auf. Nein, nur so lange bis du nochmal stirbst. Okay. Ach, wir sind auch irgendwie Felddeppen. Aber jetzt können wir das lustige Binary-Spiel nochmal spielen. Booyaka, booyaka, booyaka! Booyaka, 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 booy! Wow, kennst du den Affen von Pinocchio? Abu heißt er. Nein, das ist der von Tarzan. Der von Tarzan ist Cheater. Vielleicht hätte man das Binary-Spiel nicht noch mal spielen müssen. Ja, meine ich gespeichere. Ah, entschuldige. Es tut mir leid. Das ist eh lustig. Ja. Nein, eigentlich nicht. Vor allem wird es Hexadezimal und dann. Das gibt es so. Das wäre aber unglaublich schwer. Das war jetzt knapp. Der Matt Kipp war jetzt hier natürlich wegen Ray Mysterio. Und hoffolich auch, weil wir das jetzt noch mal versuchen. Ah, das weiß ich nicht. Komm, das war's, das war's. Nein, das war's, das war's jetzt. Das muss es gewesen sein. Nein, das war's jetzt, das war's, das war's. Was? 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 Wappen, wappen. Und was, wenn da dort nix ist? Und Matt Kipp, der korrigiert uns, weil... Der Abfall ist natürlich von allen. Oh. Oh. All einen. War's noch bei Kingdom Hearts? Ja. So hat er immer gesagt. All einen. Aber nur die englische Version. Na und? Die englische Version ist auch die beste Version. Was ist gut, dass im Remake... Wieso kann ich denn nicht drauf springen? Was ist gut, dass im Remake jetzt irgendwie bei Kingdom Hearts 1, 5,4, jetzt nicht mehr Abu Daphis, sondern Aladin... Nein, das ist jetzt nicht mehr auf deutsch synchronisiert. Ja, ich weiß. Ich hab's gespielt. Ja, es ist überhaupt bei den... Wie heißt das? Das 3DS? Kingdom Hearts. Dream... Dream Drop. Dream Drop. Dream Drop Distance. Dream Drop Distance. Ich glaub, es heißt... Dream Drop Distance. Ich weiß es nicht. Irgendwann ist das auch... Also der Text ist ja deutsch, aber die Sprachen sind englisch. Das ist ja eine Frechheit eigentlich. Ja, das... Das ist wirklich fech. 1 auf Deutsch. Das war doch ein Klassiker mit all den... Disney. Ja, sogar mit... Disney. Pfff, das war knapp. Knapp, knapp, knapp. Hey, irgendwas ist da bei uns los, aber... Ich weiß. Da gehen schon die... Die kriminellen Banden um, glaub ich. Aber wie ist es jetzt? Kennst du aber dieses coole Lied? Trat dich nicht um, der Kommissar geht um. Mhm. Aber ich sing immer, trat dich nicht um, sonst bringt dich der Kommissar um. Ja. Ja. Also jetzt weißt du was zu tun ist? Ja. Ich flieg jetzt einfach da rüber. Okay. Wow. Da sind wir die... Die schnellste. Mhm. Pfff, da war gar nichts. Na komm, da ist irgendwas. Irgendwo. Irgendwo geht's da rein. Ja, geht's rein. Ja, weil da ist, geht man auch wirklich rein. Der Vollkopf. Der Vollidiot. Wow. Danke mal, Kim. Es heißt Dream Drop Distance. Ich hatte recht. Ich muss nur noch heil wieder hier rausschaffen. Das ist jetzt deine Challenge. Tarinos Challenge. Tarinos Challenge. Tarinos Challenge. Tarinos Challenge. Versuchst du das Binary Game nochmal spielen. Ich habe ein Double Damage Amplified. Dann müsste ich dir eigentlich sowieso alle plätten können. Kassel. Findest du das lustiges Wort? Plätten? 666. 666. 666. 666. 666. 966. 867. 666. 267. 677. 787. Op. 999. Ist ja wurscht. Aber eigentlich ist glaube ich die SUA Entrance, war das mehr über die SUA Entrance? Geh einfach die SUA entlang. Das will ich aber jetzt sicher nicht alles nochmal machen. Wo sind jetzt die SUAs? Sind sie da oder da? Da sieht alles gleich aus in dem Spiel. Da geht es nicht zu den SUAs, oder? Nein, das weiß ich auch nicht. Ja, sind das nicht die SUAs? Ich hab ein bisschen so aus. Ich kenn mich irgendwie, komisch, in der oberen Hälfte des Spielgeschehens, das müssen die SUAs sein. Kenn ich mich aus. Das ist der BECAUSE, oder? Ja, da haben wir ihn gekriegt, den BECAUSE, bei dem Computer. Haben wir die Questplatte entfernt und mitgehen lassen. Wow. Das war der erste Boss, oder was? Das war der zweite Boss. Das war der, wie heißt der? Wordigrime. Seppl-McWordigrime, hab ich ihn genannt. Ich hab ihn genannt. Wir haben ihn genannt. Seppl-McWordigrime. Komischer Name. Verdigrime. Ich frag mich, ob die überhaupt so designt sind, dass man die überhaupt verkehrt gehen kann. Ich glaub nicht. Wow. Wenn ich's jetzt nicht schaff... Ist egal. Ist egal. Und wenn nicht, macht das auch nichts. Nein, wenn ich's jetzt nicht schaff, dann... versuch ich's von der anderen Seite. Weil das war ganz am Anfang von den SUAs. Was? Hast du jetzt sicher? X-Latsch. Wow. Wow. Ist das eine Maas? Ja, sicher. Na, das ist ja leicht darauf zu kommen, gell? Wirklich? Hm, wirklich leicht. Das war jetzt eigentlich so ironisch gemeint, aber... Aber es ist wirklich leicht. Okay, die lass ich lieber in Ruhe. Bis sie wieder weg geht. Ich könnte mich vorbeischleichen, wenn ich cool wär. Bin ich cool? Nein. Nein. Na super, noch mehr Mäuse. Das ist ja zum Mäuse melken hier, Mensch, Mann. Wie schnell aber. Ich schieß. Das ist ja auch eine Maus. Vielleicht eine Wüstenmaus. Sind Wüstenmäuse nicht irgendwie schneller als normale Mäuse? Ja. Nein, Rennenmäuse sind die schnellsten. Wie viele Mäuse gibt's? Wie viele Mäuse gibt's? Und welche ist am besten zum Melken? Okay, Zeit, warte. Wie geht das? Wenn der schießt, springe ich am Passiv.